Ei, gute, wie? Ja, zieh dir ein helleres T-Shirt an, haben sie gesagt. Ich hab jetzt hier, das ist nicht das Orangen, das man schon mal gesehen hat, sondern das ist ein gelbes T-Shirt und irgendwie regelt es den ganzen Kontrast vom gesamten Video oder von der Facecam runter. Ich sollte in Zukunft doch lieber bei den schwarzen und dunklen T-Shirts bleiben. Das am Rande. Leute, neues Video von Alpha Kevin. Es geht um Unge. Ich hab das schon gesehen auf Twitter. Pass auf. Wir hatten, ja, es gibt YouTuber-Beef ohne Ende und ich bin am herausfinden, was da Phase ist. Also der Ursprung findet man hier in einem Screenshot auf Twitter. Nämlich mein persönliches Highlight der aktuellen Thematik mit Anni, das Unge geschrieben hat, ironisch oder sarkastisch, meine Fans sind fett und schwitzen. Tanzverbot, bin Fan und kann bestätigen. Ja, und hier Franz schrieb dann, Unge ist halt selbst Top 1 der Huso-Influencer auf Madeira. Lol. Lol ist auch nicht mehr zeitgemäß, oder? Hä, wieso? Auf dem nächsten Screenshot geht's ja noch weiter. Legend mit Nazis befreundet und promotet andere Husos und hat mehr als nur eine seiner Freundinnen auf ähnliche Art und Weise wie Animes handelt. Like, guck dir mal Rachels Tweet an seit gestern. Okay, krass, wusste ich nicht. Diese zwei Screenshots, Screenshots, hat der Unge persönlich genommen. Es gab noch mehr Twitter-Beiträge, ne? Aber, hat er halt ein Buch geschrieben? Okay. Wir wissen's, also hat er auch hier selbst verfasst, ne? Halbe Buch, ja, ja. Ist so. Vielleicht sogar ein ganzes Buch. Das ist ein Riesentext, den man erstmal lesen muss. Aber, Leute. Dann kommt auch der nächste Text. Darauf die Antwort geht der Text hier weiter. Übrigens, ich hab kein Twitter-Premium. Ich kann nur 240 Zeichen, oder wie viel es sind, twittern. Und deswegen sind manchmal meine ein bisschen abgehackt. Noch mehr Text und Beweise. Darauf die Antwort. Der Text geht weiter und weiter. Eigentlich wäre ein Video angemessener gewesen, hatte ich das Gefühl. Text geht weiter. Das ist immer noch die Antwort. Immer noch dasselbe Fred. Okay, hier scheint das Ende zu sein. Ich hab angefangen, mir das durchzulesen. Aber irgendwann dachte ich mir, das wird doch irgendjemand für uns zusammenfassen. Und ich vertraue Alpha Kevin diese Aufgabe an. Und wir gucken uns ganz unbefangen das Video von Alpha Kevin an. Also, ich mag Unge. Ich hab gerne seinen Umgeklick geguckt, als es täglich kam. Immer so das aktuellste Weltgeschehen. Ist ja tatsächlich irgendwo, zum gewissen Grad, auch ein, äh, ja, ich sag mal von der täglichen Thematik so ein kleines Vorbild für diesen Kanal hier. Ne? Einfach das aktuellste Geschehen aufgreifen, ob man jetzt drin steckt oder nicht. Das mochte ich einfach, diese, diese Daily Dosis. Okay? Und Unge, ja, ich hab auch mal mit ihm geredet, 2014 auf der Gamescom. Er kam auf mich zu und hat gefragt, bist du nicht Let's Play Markus? Wir haben ein paar Worte gewechselt, nicht viele Worte gewechselt. Aber auch, was er, was er immer gemacht hat, ich fand Unge immer eigentlich sympathisch. Er macht das auch immer, er macht das ziemlich schlau. Ähm, und ansonsten, ja, mal schauen. Ich hab jetzt nicht, sag ich mal, unter diesen paar Tweets, ne, die da was behaupten, würde ich jetzt nicht sofort Romane schreiben. Aber vielleicht steckt mehr dahinter? Kannst du euch nicht sagen? Es wird Zeit, das Video anzuschmeißen. Gucke mehr mal. Kann mir einer sagen, was zum Teufel dieses Jahr alles passiert? Momentan werden nämlich sämtliche Menschen exposed, egal ob eine große Reichweite, weniger Reichweite, egal ob das Stars sind oder ob es einfach nur Influencer sind. Und auch im deutschen Streaming- und auch YouTube-Bereich eskaliert momentan alles. Ich denke, das dürft ihr da mitbekommen haben. Diesmal hat es auch an der Stelle Unge getroffen. Das muss aber nicht zwangsläufig unbedingt im negativen Sinne sein. Alles rund um seinen Vorfall und auch die Vorwürfe werdet ihr hier in diesem Video erfahren. An erster Stelle, wir reden hierbei von Vorwürfen und beschriebenen Erfahrungen von Unge. Ich werde hierbei stellenweise auch Namen zensieren, weil die gesagten Dinge von Unge ziemlich persönlich und privat sind. Starten wir aber, warum nun Unge Teil eines Dramas geworden ist. Groß geworden ist das eigentlich... Namen zensieren? Wenn Unge das doch selbst verfasst? Mal sehen. Erst letzte Nacht, also am 15.05. Und da postete Unge ein sehr detailliertes Statement zu seinen Beziehungen bzw. Kontakten, die sich immer wieder negativ über ihn äußerten. Die derzeitig mutmaßliche Hetzkampagne gegen ihn sieht wie folgt aus. Mehrere Frauen, die mit Unge mal mehr oder weniger in Kontakt standen, posteten direkt oder indirekt... Äh, ganz großes, deutliches Stück krasser unterwegs sind. Einfach nur Schmutz. Die männliche Version davon zu kennen, macht das Ganze nur noch unangenehmer. Überlegt euch gut, wen ihr euer Vertrauen schenkt. Ihr kennt diese Leute nicht. Oh, ich glaube, den Tweet habe ich gesehen. Die Frage ist nur... Da könnte ja jeder mit gemeint sein. Eigentlich, oder? Ich kenne jetzt diese Rita nicht, ne? Deswegen sage ich das. Wenn das jemand aus dem Unge-Umfeld war, dann... Das ist vielleicht verständlicher. Aber so rein würde ich das jetzt nicht automatisch auf eine Person beziehen oder im Fall von Unge mich angesprochen fühlen. Aber man sagt ja leider, das ist schon mir leid, äh, getroffene Hunde bellen. So. Oder man hat diesen Reflex, sich, äh, verteidigen zu müssen, weil man auch weiß, der Unge kennt sich mit dem Internet aus. Der weiß, wo sowas hinführen kann, ne? Vielleicht ein bisschen präventiv da, äh, sag ich mal, vorbeugen. ...dass Unge schlimmer als Anni de Dax sei. Außerdem wurde geschrieben... Ah, da wurde explizit ungeschrieben. Indirekt, dass Unge schlimmer als Anni de Dax... ...de Dax sei. Außerdem wurde geschrieben, dass Unge ein Haarsohn ist, der mit Nazis befreundet wäre und seine Freundinnen auf ähnliche Art und Weise wie Anni misshandelt hätte. Das schrieb jemand, weil sich eine Ex-Freundin von Unge relativ negativ in der Öffentlichkeit gegenüber ihnen äußerte. Warum aber diese Vorwürfe gegebenenfalls nicht stimmen müssen, schauen wir uns gleich genauer an. An der Stelle ganz wichtig. Das, was jetzt kommt, sind beschriebene Erfahrungen von Unge. Das Ganze wird teilweise belegt mit ein paar Screenshots. Jedoch bleibt da bitte ruhig, denn hier ist nichts bestätigt. Wir können hier schlecht sagen, was jetzt die genaue Wahrheit ist. Ich kenne Unge privat auch nicht gut genug, um abschätzen zu können, was jetzt hier los ist. Deswegen Füße stillhalten. Ich denke, ihr habt da genauso wenig Ahnung. Das Video hier soll lediglich bloß die Informationen zusammentragen, die er in seinem sehr langen Statement veröffentlicht hatte. Und zu diesem Statement schrieb Unge unter anderem direkt am Anfang eine Warnung. Also einerseits ist es blöd, wenn man das jetzt runterbricht. Aber es ist die Art und Weise, wie wir das jetzt machen. Auf die Gefahren, dass vielleicht irgendwas untergeht, was eventuell in Unges Augen wichtig für den Kontext wäre. Aber es ist einfach jetzt, deswegen sage ich es einfach nur in Reaction auf Alpha Kevin. Wir bewerten das Video und nicht das Statement an sich. Dass das ein Bericht ist, der sich über drei Personen über mehrere Jahre lang handelte. Demnach ist das ein längerer Prozess, weshalb er hier sehr ausführlich die ganze Situation schildern müsste. Drei Jahre? Wie lang ist denn das her? Ich habe auch diesen Kanal abonniert gehabt, Hochformat. Nicht, weil das mir im Hochformat gefallen hätte. Das Format selbst fand ich für mich suboptimal, weil ich nur im PC gucke. Aber ich fand auch diese Daily Vlogs einfach ziemlich lustig aus Madeira. Und ich weiß noch, er war ja mit der Swabine zusammen. Jetzt drei Jahre, jetzt kenne ich den Kontext nicht. Das kommt ungefähr hin, oder? Er schrieb direkt zu Beginn, dass er von drei Frauen privat und auch öffentlich belästigt wird. Zwei davon seien ehemalige Zuschauer und eine ist seine Ex-Freundin. Den Namen dieser Ex-Freundin werde ich jetzt hier aber nicht einblenden, denn diese Information... Jetzt habe ich es gesagt, wenn sie gemeint war. Und die er über sie veröffentlichte waren... Ah, er hatte noch eine, die später kam. Die hat man in diesem Vlog von diesen Tiny Houses gesehen, von diesen... Okay, okay, okay. Vielleicht ist auch die gemeint. ...ziemlich, ziemlich privat und damit möchte... Ich bringe damit ein bisschen was durcheinander. Ich bin nicht so tief in einer Lore drin, aber grob weiß man ja. ...dich jetzt nicht ganz so unsensibel umgehen. Nennen wir aber jetzt einfach mal für diesen Fall die Ex-Freundin Clara. Darauf gehe ich aber später ein. Sie spielt definitiv eine ziemlich große Rolle. Beginnen wir nun aber mit der ersten Dame namens Kiki, die schon bei Unges Streams ziemlich zeitig am Start war. Herausgestochen ist sie unter anderem durch Donations und irgendwann kam es dann auch zu einem engeren Kontakt zwischen Unge und ihr. By the way, laut Unges Bericht hatte sie zu der Zeit einen Freund plus sie war schwanger. Und als sie mit ihrem Freund auf Madeira war, trafen sie sich zu vier zusammen. Also Unge, ein Kumpel plus die zwei Personen. Später soll sich aber laut Erzählungen Kiki von ihrem Freund getrennt haben, weil sie sich was mit Unge erhofft hatte. Ob das stimmt, weiß Unge selbst nicht, könnte aber in der ganzen Geschichte plausibel klingen. Als sie dann aber... ...sich von jemandem zu trennen, den man eigentlich lieben sollte, äh, nur weil man eventuell was in Aussicht haben könnte... ...ist sehr schwierig. ...merkte, dass Unge nicht unbedingt den körperlichen Kontakt zu ihr wollte, war sie vermutlich ziemlich verletzt und wollte das nicht wahrhaben, so schrieb das Unge indirekt in seinem Statement. Sie versuchte, Unge dennoch immer wieder zu überreden, dass... ...sollte er doch mal Lust drauf haben, er gerne zu ihr kommen könnte. Das Ganze lief aber noch relativ harmlos ab. Also hier fühlt sich Unge jetzt auch nicht so krass belästigt, vielleicht maximal unter Druck gesetzt. Unge schrieb dann noch dazu, Unser Kontakt ist dann eingebrochen und wir haben nur noch selten bis gar nicht mehr geschrieben und eine Weile danach bin ich mit Clara zusammengekommen. Also Kiki hatte sich vermutlich etwas mit Unge ausgemalt, diese erwiderte aber den Kontakt mit ihr. Laut Erzählungen soll diese Kiki auch mehr oder weniger besessen von Unge gewesen sein und sie fand die Zurückweisung vermutlich demnach sehr, sehr schlimm. Und nun kam Unge mit Clara zusammen. Die Beziehung mit ihr machte er circa ein Jahr lang... Bisher, das ist ja eigentlich noch relativ gut folgbar. Eine Zuschauerin drängt sich auf. Ja, also... Ja, aber es ist auch ungesgute Recht, sag ich mal, nicht sofort, sag ich mal, den Riegel vorzuschieben, sondern einfach nett zu den Leuten zu sein. Jeder setzt seine Grenzen woanders. Wenn Unge dann hingeht und sagt, nee, keine Beziehung, auch kein, äh, Friendship plus, dann ist das so. Oh, ich, ich, mir bahnt sich was an. Okay, die Zuschauerin wird wahrscheinlich mad, weil er trotzdem eine Freundin bekommt. Aber das liegt ja an jedem selbst, mit wem er zusammen sein will, oder nicht, ne? Das hat nur das Eifersuchtsspiel. Alter, das wird ein Drama. Wie gesagt, ich hab ein bisschen was gelesen, aber jetzt... Erste Jahr öffentlich, dann haben wir uns entschieden, es öffentlich zu machen. Ich glaube, ich weiß, wer gemeint ist, aber... Es war die Zeit, in der Kiki wieder angefangen hat, sich zu melden. Allerdings hab ich schon so einiges vom Umfeld mitbekommen, was sie über mich gelästert hatte. Und das ist der Punkt, ne? Nicht mit den Falschen zusammen abhängen. Das geht schnell mal schief. Gerade wenn du Leute enttäuschst oder so, äh, dann wird über dich hergezogen. Und, äh, ja, das am besten gar nicht erst zulassen, ne? No woman, no cry. Gar nicht öffentlich, bis sie sich dann doch mal in der Öffentlichkeit zeigten. Zu der Zeit, als sie diese Beziehung öffentlich machten, meldete sich auch wieder Kiki zu Wort. Jedoch nicht positiv, sondern eher vorwurfsvoll in Richtung Unge. Denn Unge sagte ihr vermutlich damals sowas wie, dass er seine Beziehungen nicht in die Öffentlichkeit tragen möchte. Tat das Ganze allerdings bei Clara und sie fand das vermutlich ziemlich heuchlerisch und hat sich dann missverstanden gefühlt. Clara wusste direkt auch am Anfang der Beziehung mit Unge schon über Kiki Bescheid, weil sie wohl ziemlich komisch war und das hat sich dann auch umgesprochen, beziehungsweise hat Unge ihr die ganze Geschichte erzählt. Nun berichtete Unge aber erstmal über Kiki dann auch umgesprochen, beziehungsweise hat Unge ihr die ganze Geschichte erzählt. Ich musste auch schon mal Leute vor anderen Leuten warnen aus meiner Bubble. Das weiß ich, wie es ist, ne? Und, und, und. Aber es ist nie irgendwas eskaliert, ne? Es gab schon Leute, die haben es mal übertrieben. Okay. Da gibt's schon seit Ewigkeiten keinen Fall mehr, aber es gab mal so 2015 rum Situation, wo ich dann, äh, auch sagen musste, hör mal, da gibt's ne Person, die hat's ja nicht mehr alle. So nach dem Motto. Aber, das wird der nächste YouTuber-Beef, ne? Das wird die nächste große Enthüllung, warte ich, führen. Was hat das jetzt eigentlich mit dem Nazi zu tun? Hä, also, vielleicht kommt das noch. Nun berichtete Unge aber erstmal über Clara und schilderte seine Beziehung zu ihr. Sie soll beispielsweise laut ihm gesagt haben, dass er nicht genug sei, obwohl sie am Anfang der Beziehung genau einen Typen wie Unge wollte. Er beschrieb sich unter anderem als Blindvorliebe und hatte jetzt das Gefühl, dass sie nur mit ihm zusammen war, damit sie Geld und Fame bekam. Sie soll ihn außerdem ausgenutzt haben und über keinerlei Empathievermögen verfügen. Ich glaube, ihr... Ah, oh Gott. Was fangen wir hier schon wieder an? Wisst ihr, ich sag euch genau dasselbe, wie mit Annie the Duck, nur halt im umgekehrten Falle. Es bleibt aber dabei, was ich gesagt habe. Zwei Seiten einer Medaille. Wird Unge sagt das so und an die Personen, die werden das andersrum sagen. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Oh mein Gott. So wird es kommen. Weil das sind ja schon so ein bisschen Vorwürfe. Es hat sich angefühlt, als sei ich für sie im Endeffekt ein Sprungbrett für Reichweite und Geld. So, das wird die Gegenseite wahrscheinlich sogar verneinen. Das ist so viele Ungereinheiten jetzt. Ach, Kinder, ich kann das alles nicht mehr. Und Fame bekam. Sie soll ihn außerdem ausgenutzt haben und über keinerlei Empathievermögen verfügen. Ich glaube, ihr wisst jetzt, warum ich kam. Sie soll ihn außerdem ausgenutzt haben. Es konnte nicht schnell genug gehen und so kam ich recht früh das Thema Verlobungsring auf. Und weil ihre Mutter Russin sei, wird erwartet, dass es ein teurer Ring ist. Wenn du was anfängst für die Eltern zu machen, ist eh schon alles vorbei. Erwachsene Menschen, und da gehe ich mal bei Verlobten aus, sollte man, sollten selbst wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Die zwei Menschen, um die es geht und nicht meine Mutter will aber. Das ist Quatsch. Ich glaube, da wurde der Unge tatsächlich, ich fürchte, ist um den Finger gewickelt. Also blind vor Liebe hat er ja gesagt. Ausgenutzt haben und über keinerlei Empathievermögen. Aber so schnell, das spricht dafür, das spricht schon dafür, dass, also, wenn du jemanden heiratest und da jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine Warentrennung hast oder Gütertrennung, wie das heißt, dann, keine Ahnung, kann sich nach einem Jahr scheiden lassen, aber dir gehört die Hälfte so. Und der Unge, der hat ein bisschen was auf dem Konto. Und er hat Mietobjekte und Aktien, was weiß ich nicht alles, sogar Bitcoins, glaube ich. Der Unge, dem geht, der ist nicht, der ist noch nicht bankrott. Nein, Unge ist noch nicht pleite. Bögen verfügen. Und das wissen viele. Wisst ihr jetzt, warum ich den Namen zensiert habe? Denn das ist schon ziemlich erdrückend. Generell beschreibt er seine Beziehung zu Clara als ständiges Auf und Ab. Sie war die Emotionslose, er der wahrscheinlich zu Empathische, der einfach immer nur den Frieden wahren wollte. Zu körperlichen Auseinandersetzungen soll es aber zwischen den beiden nie gekommen sein. Nachdem er sich dann Anfang letzten Jahres von Clara trennte, ging es Unge wirklich sehr... So schätze ich ihn aber auch nicht ein. Also man weiß ja nicht, wie es mit den Frauen ist, aber ich schätze Unge nicht als jemanden ein, der handgreiflich wird. Sehr schlecht. Deshalb nahm er auch ein Jahr lang Pause von der Öffentlichkeit, streamte mit einem anderen Twitch-Kanal weiter. Jedoch wollte er sich dort nicht zahlen. Das fand ich aber auch ein bisschen, sagen wir schade irgendwo, dass das Unge weg war. Und ja, als Raik streamt er auf Englisch, streamt er heutzutage, glaube ich, eigentlich nur sein WoW. Okay, wenn er daran Spaß hat, ist es ja sein gutes Recht, finde ich gut. Aber wie gesagt, ich fand das Format ungeklickt in der Form eigentlich ziemlich nice. ...streamte mit einem anderen Twitch-Kanal weiter. Jedoch wollte er sich dort nicht zeigen und deshalb haben viele davon gar nicht viel mitbekommen. In dieser Zeit war Clara übrigens immer noch in Unges Chat unterwegs und sogar als VIP gekennzeichnet. Das hat Unge gemacht, damit die Zuschauer wissen, okay, es herrscht noch Frieden zwischen den beiden. So handhabe ich leider häufig Dinge, weil ich versuche es jedem recht zu machen. Aber leider mache ich es mir selbst damit absolut nicht recht und vernachlässige mich selbst in solchen Situationen. Also das zeigt zumindest jetzt an der Stelle, dass Unge einfach nur Frieden haben wollte und dementsprechend... Ja, das kommt doch davon, wenn du Leute oder das Private mit in die Öffentlichkeit ziehst. Und deswegen habe ich guten Grund, vieles aus der Öffentlichkeit, ähm, äh, vieles aus meinem Privaten eben nicht in die Öffentlichkeit zu ziehen. Weil umso weniger musst du, musst du dann taktieren, sag ich mal. Ja. Und da quasi eine Fake-Illusion aufrechterhalten in dem Falle. Und ja, das muss man nicht, wenn man gar nicht so viel in die Öffentlichkeit rückt. Ne? Und das Ganze hat gut aussehen lassen. Kommen wir nun aber zum Jahr 2024 und jetzt wird es wirklich ziemlich brisant. So schrieb Unge, dass er nach der Trennung mit Clara irgendwann mit Marie zusammenkam. Diese Beziehung war aber nie öffentlich. Das ist wichtig hier an der Stelle zu erwähnen. Und nun kam Person Nummer 3 ins Spiel und zwar Rita. Unge schrieb dazu... Und leider wurden wir beide hier oben beschrieben, massiv belästigt, von Person Nummer 3, die diese Beziehung mit aller Kraft versucht hatte. Waren wir nicht schon bei drei Personen? Wir haben die, die Zuschauerin Kiki, dann haben wir die, Alpha Kevin nennt sie Clara, obwohl sie zensiert ist. Und jetzt kommt die neue Freundin. Äh, eine Beziehung nach, nach ihr gehabt, komplett von der oben beschrieben, massiv belästigt, von Person Nummer 3, die diese Beziehung... Also es gibt noch eine andere Freundin und Person Nummer 3 hatte versucht, diese in der Öffentlichkeit zu ziehen, zu exposen, worunter die Beziehung auch sehr gelitten hat. Die Person, die das probiert hat, heißt Rita. Oh, die hat das... Die hat am Anfang den Tweet geschrieben, wo ich gesagt habe, man weiß nicht, ob Unge gemeint ist. Alter, ich bin was auf der Spur, Leute. Ihr seht's ja auch auf dem Screenshot, was sie abgezogen hat. Das ist so Filmreiß und gleichzeitig lächerlich. Ich frage mich, wie ich sie in Form eines Tricks überhaupt erklären soll. Da weiß ich, anders als bei Kiki, nichts über die Hintergründe von Rita und habe auch keinen Kontakt zu ihrem Umfeld gehabt. Kann ich nur... ... in die Öffentlichkeit zu ziehen und zu exposen, worunter die Beziehung auch sehr gelitten hat. Unge kennt übrigens Rita und ihre Hintergründe nicht, warum sie das überhaupt vorhat. Aber das Ganze soll laut ihm wirklich ein kompletter Fiebertraum gewesen sein. Denn Rita hat herausgefunden, dass Unge mit Marie zusammen ist. Und dachte, es wäre eine gute Idee, sich eine Fake-Account auf Twitch zu erstellen und damit zeitgleich... Boah, ich muss es trotzdem lesen, um es zu schnallen. Zeitgleich in beide Chats zu schreiben, war es ich. Meine Freunde beide live waren. Streamt ebenfalls auf Twitch. Sie war als Rita bei uns beiden. Eine aktive und nette Zuschauerin. Hat dann am Ende den Namen Louis. In beide Chats... Kommen wir sogar bekannt vor, der Name Louis ist in der Form so geschrieben. Hä? Hä? Hallo? Grüße oder was? Beide Chats angefangen, parallel Gerüchte zu verbreiten. Meine lieben Twitch-Zuschauer. Kommt euch der Name nicht sogar auch bekannt vor? Jetzt im Ohne Flachs? Ich meine... Ich kann mich irren, aber... Es geht raus um meine Twitch-Leute. Im Ernst. In Maries Chat hat sie dann das Louis unter anderem so geschrieben, wie glücklichste Beziehung mit sie. Und er hat das gerade bei sich im Chat bestätigt. Andersrum... Oh, wie lästig. Ich in beide Chats zu schreiben, als ich und meine Freundin beide live waren. Maries streamt... Das ist sensationsgeil. ...ebenfalls auf Twitch. Sie war als Rita bei uns beiden eine aktive und nette Zuschauerin. Aber hat dann unter dem Namen Louis in beide Chats angefangen, parallel Gerüchte zu verbreiten. In Maries Chat hat sie dann als Louis unter anderem sowas geschrieben, wie Glückwunsch zur Beziehung mit Simon. Er hat es gerade bei sich im Chat bestätigt. Und andersherum dann bei mir im Chat. Mit dem Verhalten wollte sie halt die beiden Streamer locken, die Beziehung endlich öffentlich zu machen. Tatsächlich konnte aber Unge herausfinden, dass Rita hinter diesem Louis-Account steckt. Denn sie teilte vermutlich mit den beiden Accounts ein und dieselbe E-Mail-Adresse für die Verifizierung. Und als Unge sowie auch Marie diesen Account gebannt haben, konnte plötzlich auch Rita nicht mehr mit ihrem Kanal reinschreiten. Oh, das geht? Über dieselbe E-Mail-Adresse? Warte mal, wer ist Louis? Da kamen gerade die Bestätungen, dass der gelöscht wurde. Jetzt bin ich auch gesperrt. Tja, Fail! Das war natürlich ein klares Zeichen dafür, dass Louis gleich Rita ist. Denn warum sollten plötzlich beide gar nicht... Die Person, die exposen wollte, wurde expost! ...nichts mehr schreiben. Unge und Marie haben das Ganze übrigens dann mit der Zeit gecheckt und mit Absicht falsche Infos verbreitet. Er sagt mit der Zeit und Unge sagt sofort gecheckt. Um sie zu exposen. Ich hatte Rita beispielsweise per Privatnachricht erzählt... Ein Hacker hat ihr Netzwerk infiltriert. Zum Glück ist ihr Vater IT, da konnten das Problem fixen. Marie und ich sind getrennt und so weiter. Und wir wollten schauen, wie... Wir haben sie mit Falschinformationen gefüttert. Ich hatte ihr erklärt, Marie und ich hätten uns getrennt. Wir wollten schauen, wie viele Leute dann plötzlich davon wissen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, warum die Vorgeschichte dieser drei Personen relevant war. Plötzlich wusste Kiki, dass Marie und ich getrennt waren. Zu viele gibt es. Ah ja. Wie viele Leute... Das erinnert mich an zweite Staffel Game of Thrones, wo der Tyrion Lannister drei verschiedenen Personen erzählt, mit wem er die Tochter von Cersei verheiraten will. Einen sagt der Theon Graufreud, den anderen sagt der Prinz von Dorne. Und den letzten sagt er... Äh... Ja, ich weiß auch nicht mehr. Robin Arryn. So. Und das erzählt er drei verschiedenen Personen. Dem Littlefinger, dem Pycelle und Varys. Um herauszufinden, wer an dauernd petzt. Und damit hat er herausgefunden, Pycelle hat das immer gepetzt. Weil es hieß, warum willst du an den Prinz von Dorne meine Tochter verloben? Das war... Nice play. Good play. Well played. Heute dann plötzlich davon wissen. Und jetzt kommen wir zum Teil, warum die Vorgeschichte dieser drei Personen relevant war. Plötzlich wusste Kiki, dass Marie und ich getrennt waren. Zufälle gibt's. Zusätzlich schiebt Clara dann auch nicht mehr in den Chat von Unge. Aber ganz ehrlich, auf so Games ne? Gar kein Bock. Was ein Kindergarten. Also bitte. Bitte. Lasst mich meine Spiele zocken. Haltet's einfach alle, die... So was ne... So ein Kindergarten, ehrlich. Gar kein Bock. Obwohl sie davor immer ziemlich aktiv war. Und das, seitdem sie vermutlich Kontakt mit Kiki und Rita aufnahm. Im Anschluss kamen dann die ganzen Lästereien... Ist dir plötzlich aufgefallen, was einer schlimmen Beziehung sie war. Dann fing sie an mit Lästereien über München und vielen aus ihrem Circle und haben natürlich nicht hinterfragt, was davon wahr ist. Der YouTuber, der seine Freundin so schlecht behandelt hat, passt ja auch viel besser ins gewünschte Feindbild von vielen Menschen auf dieser Plattform. Vor allem für Leute, die bei mir auf der Bloglist sind. Rein auf Twitter online, die stellenweise sehr direkt formuliert wurden. So schrieb Rita beispielsweise. Influencer, die sich über das Thema Anni the Duck lustig machen und noch ein ganz großes Stück Krasse unterwegs sind, einfach nur Schmutz. Ja, aber Rita ist jetzt ja nur eine fanatische, anscheinend sogar eine Freundin, dieser neuen Freundin, die, weiß ich nicht, aufmerksam geil ist. Also das kann ich jetzt gar nicht. Und dann noch lästern. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja recht neutral, aber es gibt jetzt kein Argument für Rita, sondern die ist halt wirklich nur random und will, ich weiß nicht, was sie will. Ich weiß sie wahrscheinlich selber nicht. ...de kotzen for real. Kiki schrieb, Ihr denkt Anni the Duck ist schlimm? Bruder, wenn ihr wüsstet, was die von Unge alles am Stecken hat. Holy. Eigentlich ist das eine perfekte Steilvorlage, um Holy-Werbung einzublenden. Mach ich aber nicht. Könnt's euch trotzdem. Und dann gab es Leute, die diese Information übernommen haben und noch heftiger Unge einfach so beschuldigten. Unge selbst meinte in seinem Statement, dass er ein komplett reines Gewissen hat und er sich auch nichts vorwerfen muss. Er veröffentlichte dieses Statement eben aufgrund dieser indirekten und direkten Vorwürfe gegen ihn. Und was soll ich sagen? Also ich finde die Schilderungen schon sehr heftig und ziemlich ausführlich. An der Stelle ist es aber trotzdem nochmal wichtig zu betonen, dass das Ganze ein Erfahrungsbericht von Unge ist. Das alles hier ist nicht 100% nachvollziehbar. Wir können uns kein Urteil bilden und wir warten auf... Aber ich habe am Anfang gesagt, getroffene Hunde bellen. Jetzt macht es aber auch Sinn, wenn er das so ausführlich erklärt, warum er es ausführlich erklärt. Das erscheint auf jeden Fall plausibel und transparent. Keiner von uns kann jetzt nachprüfen, was die Wahrheit ist, aber es gibt keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass das so stimmt. Vielleicht eventuell ein bisschen beschönigt, das können wir jetzt so nicht sagen. Aber im Kern ist es auf jeden Fall... Passt das zusammen? Hätte ich gesagt. ...nicht mehr dabei. Deswegen ist es immer nur mit Vorsicht zu genießen. An und für sich mag das erstmal für viele da draußen plausibel klingen, aber ich kann das viel zu wenig einschätzen, um das jetzt konkret... Ich auch nicht. Ich gehe jetzt nur von meinem ersten Instinkt aus. Da kann ich vollkommen falsch liegen, aber ich sage nur, was ich denke. ...bewerten zu können. Also, was dann auch in Zukunft auf uns zukommen wird, das werden wir wahrscheinlich noch mitbekommen. Wie Unge aber selbst in seinem Statement sagte, Geht bitte jetzt nicht zu irgendwelchen Leuten und hatet sie. Er schrieb dieses Statement am Ende des Tages eher aus Selbstschutz. Man sollte nur immer aufpassen, was man... Ich würde interessieren, ob der Unge jetzt trotzdem noch mit seiner Freundin zusammen ist. Das geht aus dem Text nicht hervor. Er hat behauptet, sie wären getrennt, aber was die Wahrheit. Nicht, dass es uns was angehen würde. Ich sage nur, es ist ungewiss. ...für Anschuldigungen ins Internet bläst, vor allem, wenn man gegebenenfalls keine Belege hat. Denn nur dadurch fühlte sich Unge auch gezwungen, dieses Statement zu veröffentlichen. Er meinte, by the way, auch, dass er diesen einen Dulli da anzeigen möchte, wegen Rufmord. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Deswegen, achtet immer darauf, was ihr schreibt und wie verhältnismäßig das Ganze ist. Aber an der Stelle muss ich sagen, dass es auch wieder ein so heftiger Erfahrungsbericht, der hier beschrieben wurde. Wenn das alles stimmt... Tja, Franz, wie sieht's denn aus hier? Was ist jetzt mit den Nazis? Ich verstehe... Ich hab... Pass auf, ich hab ja hier den Tweet mal rausgesucht von Unge. Man stellt auch, wie ich vor 50 Minuten, als ich das hier aufnehme, wie ich meine Freizeit mit meinen Nazi-Freunden verbringe. Das Video würde... Partie? Partou. Ja, aber ich... Ich verstehe halt nicht... Ja, es ist die Frage, ob man schuldig oder unschuldig ist, ne? Da kann man reagieren wie Can von Apple, oder man kann reagieren wie Unge. Ich sehe einen Unterschied. Oder er spielt halt wirklich 4D-Schach. Aber ich geh einfach mal nicht von raus. Es haben sich seit gestern sehr viele Leute gemeldet, von denen ich Dinge erfahren habe, aber die ich selbst noch nicht wusste. Oh man, nicht ein Video macht, frage ich mich. Er will nicht, dass es ausgeschlachtet wird, ne? Er will nicht, dass es so, ähm, halbwegs viral geht. Er weiß, wie das läuft mit milchisches Gift, ne? Also, ich glaube, Unge will einfach nur klarstellen. Er will gar nicht Klicks, ne? Will er eh nicht. Sondern er will auch nicht, dass es irgendwie groß Thema wird. Ich hab sie nie betrogen, äh, weil ich es, der die Trennung initiiert hat. Ich weiß nur, ob Blue ist. Ich meine, Rita so eine Scheiße eingeredet hat oder Kiki seht, dass es noch gekommen ist. Aha, Schmutzkampagne. Ist Fame der Antrieb dahinter nicht klarkommen? Zurückweisung oder beides? Ja, ich glaube, dass der Ursprung, die Wurzel alles Übels, ist halt die Zuschauerin Kiki, die nicht das bekommen hat, was sie wollte. Und sich trotzdem... Was ist denn jetzt? Die war schwanger. Hat die jetzt ein Kind oder was? Oder... Weiß ich nicht. Um es jetzt nicht respektlos zu fragen, ne? Aber... Hab ich auch nicht verstanden, weil ich sehr wenige Freunde haben und meinen Kreis klein halte. Tanzverbot WTF. Hm. Ja, das sind... Also das mit Nazis ist jetzt einfach... Das sind Vorwürfe, okay? Haltlose Vorwürfe. Keine Behauptungen, keine Dings. Einfach nur hingeschmissen. Das ist, als würde ich euch oder ihr mich als sowas bezeichnen. Das ist einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Also es gibt keine Grundlage drauf. Legit mit Nazis befreundet. Nachvollziehen. Übrigens, ne? Eins möchte ich nochmal sagen. Der Begriff wird auch inflationär verwendet. Die gibt es ja quasi nicht mehr. Ja? Die sind ja als alle tot. Würde ich mal so sagen. Okay, ein paar Hundertjährige soll es noch geben, aber... Wenn, dann ist die Rede von... Wenn überhaupt... Von Neonazis. Ne? Deswegen achtet immer... Der Nationalsozialismus ist jetzt seit 60 Jahren... Äh, 80 Jahren... Vorbei. 79. Darauf, was ihr schreibt und wie verhältnismäßig das Ganze ist. Aber an der Stelle muss ich sagen, dass es auch wieder ein so heftiger Erfahrungsbericht, der hier beschrieben wurde. Wenn das alles stimmen sollte, dann ist das wirklich eine andere Liga von ekelhaften Verhalten dieser Personen, die hier beschrieben werden. Aber wie gesagt, Vorsicht walten lassen. Wir als Zuschauer wissen zu wenig, um das überhaupt einschätzen zu können. Unter anderem schrieb Kiki kurz nach dem Statement von Unge folgendes auf Twitter. By the way, der Tweet, der wurde direkt wieder gelöscht. Jedoch hat die Internetpolizei das natürlich abgespeichert. Und deshalb konnte man das hier kurz lesen. Simon droppt gerade kranke Lügen. What the fuck? Ich warte das noch kurz ab und dann werde ich mich dazu äußern. Glaubt mir, das wird später alles in einem ganz anderen Licht stehen, als er versucht gerade darzustellen. Sein Tweet wird nicht gut altern. Na mal schauen, was da noch auf uns zukommen wird. Klingt jetzt schon mal wieder wie eine absolute Shitshow, aber eines fällt mir auf. Momentan läuft trotzdem richtig vieles schief bei so einigen Influencern da draußen. Egal wie man diese Situation jetzt hier einschätzen mag und ob da jetzt wirklich was dran ist oder nicht dran ist, immer mehr Influencer werden derzeit exposed. Was sagt ihr aber dazu? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich stehe schon in der Warteschlange. Und wenn ihr natürlich immer up to date bleiben wollt, euch die Videos hier gefallen, dann würde ich mich... Wann bin ich dran? Ich will auch Aufmerksamkeit. Flamed mich, exposed mich. Warte, ich muss mir noch schnell was einfallen lassen, was ich mir leisten kann. Ne, ich komme erst dann dran, wenn es ausgelutscht ist, wenn es keinen mehr interessiert. Ach Leute, ach Leute. War das Video noch zu Ende? Ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Ich danke auch viel, vielmals für den Support, auch für die 260.000 Abos. Das ist insane. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Warteschlange. Einer davon. Ich denke schon an das Fängchen. Euer Alpha Kevin. Und ciao. Ja, passt, ne? Wie gesagt, ein guter Kanal. Ich habe gar nichts von Unge mitbekommen. Ich habe den Tweet gesehen. Dachten wir so, was sind das für Bücher, ne? Ja, zum aktuellen Zeitpunkt wusste ich nie, warum ich Unge kein Glauben schenken sollte. Wenn jetzt die Gegenseite mit Beweisen kommt, Chatverläufen, Videos, etc. Dann könnte man noch dagegen rudern. Aber bloße Behauptung steht dann maximal, maximal Aussage gegen Aussage. Aber ich wüsste nicht, was Unge davon hat, ganz ehrlich. Also es ist ja nicht mal so, dass er irgendwas ausnutzt, um irgendwas zu bekommen, wie Körperlichkeiten. Sondern er hat ja sogar die Körperlichkeiten abgelehnt in dem Fall. Ich verstehe halt nicht, was für Nutzen er überhaupt hätte aus der und der Behauptung. Das ist so ein bisschen das Ding. Also die Thematik mit Anni ausgenutzt wird, um Unge jetzt eins reinzubürgen. Mal sehen, was kommt. Habe ich der Einzige dabei im Video gar nicht hinterher gehört. Ich finde auch, es war ein bisschen hektisch erzählt. Ein bisschen, ich habe es jetzt auch in die Länge gezogen. Wir sind ja auch bei 30 Minuten. Echt? 30 Minuten. Das Video ist aber nur 10 Minuten lang. Hättest du es nur 15 Minuten gestreckt, hätte es vielleicht ein bisschen mehr Kontext reinbringen können und ruhig erklären können, um was es geht. Ja, aber vieles wissen wir auch selber nicht, ne? Dafür habt ihr mich. Bei mir war es halt jetzt dreimal so intensiv. Was schreibt ihr, ja, was schreibt ihr in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist? Und ansonsten, bis dahin, würde ich sagen, wenn sich nichts anderes ergibt, sehe ich keinen Grund, Unge irgendwie da. Oh, aufrichtiges Sorry erst mal. Hab meine Tweets gelöscht und in eine Business Mail eine fette Entschuldigung geschickt. Hoffentlich erreicht ich die. Er hat Angst vor der Anzeige. Er hat Angst vor der Anzeige. Oh mein Gott. Aber das war doch hier. Hä? Oh shit. 23 Stunden? 6 Stunden? 19 Stunden? Hä? Werde mir die Mail durchlesen. Hä? 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 Dritte Kuh auf den Schwanz. Hast du nicht zu kurz? Sonst lässt du noch einen Furz. Ich hoffe, das ist nicht der Franz, der mit mir in der Schulklasse war. Guck mal, der Erste rudert ja zurück. Muss man auch mal sagen. Also er, er ist jetzt schon mal wieder im Rückruderverein. Nur mal so. Und das war jetzt der ausschlaggebende Punkt, mehr oder weniger, für die Bücher. Das geht auch an die Zuschauer. Selbst wenn ihr gesichtslose, leere Avatare Internet seid. Alles, was ihr schreibt, kann auf euch zurückgefeuert werden. Seid euch dessen bewusst. Ne? Selbst wenn ihr irgendwelche Politiker beleidigt, passt bloß auf. Die machen das ganz schnell rucki zucki. Ach, in Wien war er. Okay. Das dazu heute. Interessant. Irgendwie auch ein gegensätzliches Thema von, äh, von der Anni-Thematik, oder? Haut rein. Danke fürs Anschauen. Daumen würde mich freuen. Schaut bei Alpha Kevin vorbei und vielleicht bei Unge. Ich sag Gude. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.